Einmal im Jahr packen die Gesundheitsförderinnen ihre Bergschuhe ein und begeben sich auf den Network. GGF steht in diesem Fall für gemeinsam gehend fasten und zwar gehen wir da durch die Berglandschaft Österreichs und wir beginnen an einem Ort zu gehen und kommen an einem anderen Ort wieder heraus. Ich habe eine Fotostory für dich zusammengestellt, damit du dieses Erlebnis nachempfinden kannst und auch feststellen kannst, ob das etwas ist, was dich vielleicht auch interessiert. Herzlich willkommen im YouTube-Kanal der Gesundheitsförderinnen. Mein Name ist Lotte Chris Baliet. Ich bin Obfrau der GGF und ich bin auch Verantwortliche für die Durchführung des Networks und selber begeisterte Fastenwandererinnen und Fastentrackerinnen. Hier unten findest du auch weiterführende Informationen für alle Fragen, die vielleicht auftauchen mögen und du kannst natürlich auch über die Kommentarfunktion direkt mit uns in Kontakt treten. So, jetzt geht es nur mehr darum, dass ich dir viel Vergnügen wünsche beim Betrachten der Fotostory vom Network. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. 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 Das war's.